Im exquisiten Dachausbau des Haus des Meeres in Wien hob APA OTS Tourismuspresse ein neues exklusives Verbreitungs- und Platzierungsnetzwerk für redaktionell gestaltete Videobeiträge aus der Taufe. Der neue Service, der mit ProMedia Kommunikation entwickelt wurde, garantiert Tourismus-Aussendern Fixplatzierungen ihrer Videoclips auf großen Online-Portalen von Medien- und Branchendiensten im gesamten deutschsprachigen Raum. Die Grundidee ist eine Verbreitungs- und Platzierungsplattform für Videomaterial. Wir sehen, wie wichtig Video in der Unternehmenskommunikation, in der Organisationskommunikation wird, dass das einfach sich in den letzten Jahren zu dem zentralen Transportmittel vieler Botschaften für manche Branchen ganz besonders oder stärker als für andere entwickelt. Die Videobeiträge werden über das Tourismuspresseportal der APA www.tourismusvideo.at archiviert und zum einfachen Download bereitgestellt. Über zahlreiche Content-Partner wie Österreich-Werbung, Wirtschaftskammer Österreich, Branchendienste wie dem Prostmagazin oder der dpa-Tochter News Aktuell wird aber auch zielgruppengerecht platziert. Opinion Leader werden zudem über Newsletter und Interessierte über spezielle Social-Media-Fachkanäle versorgt. Mit Initiator Stefan Kröll, Geschäftsführer der ProMedia-Kommunikation, hebt Video als erfolgreiche Form moderner Kommunikation hervor. Das ist eine gute Plattform, um wirklich bewegtbild, touristisches Bewegtbild in den Medienbereich im Dachraum zu verbreiten. Und davon wird die österreichische Tourismuswirtschaft, da bin ich fest davon überzeugt, wirklich profitieren. Der Tourismus ist die erste Branche, die dieses Angebot künftig nutzen kann. Ein massives Zukunftsthema ist natürlich diese Bewegtbilder, also sind diese Videoplattformen, wo es einfach darum geht, diese Emotionalität des Tourismus auch rüber zu bringen. Man fragt sich manchmal dann im Nachhinein, wieso hat das nicht schon irgendjemand schon längst gemacht? Und dass es jetzt jemand macht mit der APA, ist wirklich höchst erfreulich und ich freue mich auf die Zusammenarbeit, weil das ist mit der APA, die Zusammenarbeit auch mit der Tourismuspresse, ist eine gelernte Zusammenarbeit. Das heißt, du kennst die Partner. Ich bin überzeugt, dass das APA Tourismus Videoportal gut ankommen wird, weil wir sehen alle das Videobewegtbild, das Gebot der Stunde ist. Und der Distributionskanal, die technischen Anforderungen auf beiden Seiten, sowohl seitens der Touristiker als auch der Medien, dass es da jetzt eine Schnittstelle gibt, die hier das bestehende Material, das es oft schon in guter Qualität gibt, jetzt auch an die Medien bringt, ist sicher ein wertvoller Beitrag. Eine Innovation, die von führenden Touristikern begrüßt wird. Und auch Sonja Wasner, stellvertretende Chefredakteurin der Fachzeitschrift Post, glaubt an die steigende Bedeutung von redaktionell gestalteten Videos als Teil erfolgreicher Tourismuskommunikation. Für uns ist es einfach wichtig, auch Printmedium mit Videos, mit bewegten Bildern zu kombinieren. Wir glauben auch, dass es einfach der Trend ist. Die Social Media Gesellschaft verlangt es und da wollen wir natürlich die Ersten sein. APA OTS steht Kunden nicht nur bei der Verbreitung, sondern in Kooperation mit ProMedia Kommunikation auch bei der Produktion von professionellen Videobeiträgen zur Seite. Wir nutzen einerseits das große Verbreitungsnetzwerk, über das wir bei APA OTS bereits verfügen. Wir haben uns aber auch Partnerportale gesucht, die diese Inhalte auch aufnehmen, auch bereit sind sie auszuspielen. Wir werden mit Medien verstärkt in Kontakt treten, damit diese auch dieses Angebot wirklich gut kennen und es einfach auch nach redaktioneller Maßgabe wirklich nutzen können.